Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich ist das Thema ja gar keines, über das man so viel diskutieren müsste, weil wir sind uns in vielem einig. Wir sind uns einig darin, dass Menschen Arbeit brauchen, und zwar Arbeit, die ihnen Freude macht, und dass es da natürlich zunächst einmal keinen Unterschied gibt, ob der Mensch eine Behinderung hat oder nicht. Wir wissen auch alle, dass man sich mit Handicap oft schwer tut auf dem Arbeitsmarkt, und wir würden uns alle wünschen, dass wir eigentlich über dieses Thema nicht mehr diskutieren müssen, weil es kein Thema mehr ist, weil dann irgendwann alle auf dem Arbeitsmarkt unterkommen, egal ob sie ein Handicap haben oder nicht. Aber dann gibt es natürlich schon auch wieder Unterschiede, und zwar in der Problembeschreibung. In Ihrem Antrag bezeichnen Sie die Situation von behinderten Menschen alarmierend und rechnen vor, dass im vergangenen Jahr 10.000 Schwerbehinderte mehr arbeitslos gewesen seien als noch fünf Jahre vorher. Das mag sein, aber Sie verschweigen natürlich auch, dass die Gesamtzahl der Schwerbehinderten in Deutschland noch viel, viel stärker gestiegen ist, was vor allem demografische Gründe hat. Und dann ist es im Endergebnis eben so, dass heute gut 100.000 Schwerbehinderte mehr beschäftigt sind als noch 2010. Und das ist eine gute Nachricht, und auch das sollten wir erwähnen. Ich glaube, es bringt uns allen nichts, wenn wir die Situation schlechter darstellen, als sie ist. Es gibt noch mehr positive Entwicklungen, die Sie in Ihrem Antrag ausblenden. Die Beschäftigungsquote für Schwerbehinderte in den Unternehmen, die Menschen mit Handicap beschäftigen müssen, liegt inzwischen bei 4,7 Prozent. Das ist so viel wie nie zuvor. Und auch immer mehr beschäftigungspflichtige Arbeitgeber beschäftigen auch wirklich Menschen mit Behinderung. So viele wie nie zuvor. Der Kollege Schummer hat ja schon vorgestellt, wie wir die Situation von Menschen auf dem Arbeitsmarkt, Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt weiter verbessern wollen. Zum Beispiel die Integrationsfirmen, zum Beispiel das Budget für Arbeit. Auch das finden eigentlich alle gut. Aber der Knapppunkt bei dem Thema ist natürlich, dass wir die ganz normalen Unternehmen des ersten Arbeitsmarktes dafür gewinnen müssen. Sie müssen die Stellen zur Verfügung stellen, die Menschen mit Behinderung suchen. Und da kann man dann auf ganz unterschiedliche Weise rangehen. Und Sie versuchen es mit Zwang und mit Strafmaßnahmen. Sie fordern eine 20 Prozent höhere Beschäftigungsquote. Sie fordern eine deutliche Erhöhung der Ausgleichsabgabe. Und Sie fordern eine Pflicht, alle Arbeitsplätze barrierefrei auszubauen. Da unterscheiden wir uns, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass die positive Motivation viel besser ist als aller Zwang und alle Strafen. Und auch die Sachverständigen bei der Anhörung haben darauf verwiesen, dass dieser Weg der Überzeugung und Hilfestellung mehr bewirkt. Zum Beispiel auch deswegen, weil es verfassungsrechtliche Probleme geben kann, wenn es deutlich mehr Pflichtarbeitsplätze als arbeitslose Schwerbehinderte gibt. Frau Kollegin Freudenstein, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Rüffers? Ja, bitte. Bitte schön, Frau Rüffers. Vielen Dank, Frau Freudenstein. Der Bundesfinanzminister hat im letzten Sommer, im Juli war es, glaube ich, eine Verdopplung der Ausgleichsabgabe gefordert. Wie stehen Sie dazu? Das ist ein Vorschlag in der Debatte gewesen, der vielleicht auch zu einem Ziel führen kann. Ich glaube, dass wir es zunächst einmal mit Motivation versuchen sollten, die Arbeitgeber dazu zu bringen, mehr Stellen zur Verfügung zu stellen. Damit ist den Betroffenen auch mit Sicherheit am allermeisten geholfen. Ich glaube, dass eine solche Erhöhung der Quote oder der Ausgleichsabgabe, aber ich habe es ja eben erwähnt, die Motivation und den guten Willen auf Unternehmerseite eben nicht unbedingt fördern wird. Genau aber das brauchen wir natürlich. Wir brauchen den guten Willen der Unternehmer. Und wir brauchen die guten Beispiele, in denen das Miteinander im Betrieb problemlos klappt. Und wir wissen ja, dass die allermeisten Arbeitgeber, die Menschen mit Handicap beschäftigen, schon nach kurzer Zeit überhaupt kein Problem mehr feststellen und hochzufrieden sind. Und wo das Miteinander im Betrieb praktiziert wird, da wird es auch zum Normalfall. Und genau dahin müssen wir kommen. Und zwar ohne Zwang und Strafen. Vor allem aber natürlich mit mehr Information der Unternehmen. Es gibt viel zu viele Unternehmer, die überhaupt nicht wissen, welche Hilfen es gibt, wenn man einen Schwerbehinderten beschäftigt. Und die Zahlen zeigen, je größer ein Unternehmen ist, umso besser wissen dann auch die Personaler wieder über die Fördermöglichkeiten Bescheid und nehmen sie dann auch in Anspruch. Aber wir haben ein Riesenpotenzial, gerade im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen. Auf die müssen wir mehr als bisher zugehen und informieren. Dort sind Modellprojekte, wie das schon erwähnte Wirtschaft inklusiv, natürlich hochwertvoll. Und hier müssen wir auch noch aktiver und großflächiger aktiv werden. Und deswegen auch heute von meiner Stelle der Appell an die Arbeitgeber, an die Unternehmer, überwinden Sie die Barrieren im Kopf. Beschäftigen Sie ganz gezielt Menschen mit Handicap. Werden Sie zum guten Beispiel. Werden Sie zum Motivator für andere. Und wenn zu Beginn der Flüchtlingskrise gerade die großen Wirtschaftsverbände noch vielfach die Hoffnung geäußert hatten, dass wir damit vielleicht auch unseren Fachkräftemangel beseitigen können, dann sage ich auch, wir haben schon ein großes, nicht gehobenes Fachkräftepotenzial bei uns im Land. Manche davon sitzen im Rollstuhl. Es sitzen nicht alle behindert im Rollstuhl. Manche sind sehbehindert. Wieder andere haben psychische Probleme. Das mag so sein. Aber viele von Ihnen sind ausgesprochen gut ausgebildet. Sie sind hochmotiviert. Sie wissen, wie der Laden bei uns läuft. Und Sie haben auf jeden Fall eine Chance verdient. Herzlichen Dank. Vielen 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 Dank.